Be'ezer HaShem, Yerushalmi pe'edav nun zain, zog der Helge Mishnah ha'loche zain, Tvua schenit no le'chachas o' la'alumo. Ein Mensch, was wenn er schneidet die Tvua, schneit er nicht, kde mis er los essen, no'chachas meint, also hat er soll geschnitten ein bisschen frei, wenn nur bei Himmels essen ist auf die Matze, es hat noch eine starke Feichkeit, oder hat er geschnitten la'alumo. Das heißt, Kaschken amol werden genutzt, also wie ein Strick, zusammen zu mit den anderen Windlach. Kommt euch zu zwei Erfahrungen, wo es die Kziri nicht gewöhnt mit den Tachlessam er geht das be'chalal essen. Das heißt, amolet do, was ein Mensch nehmt schum, das ist Knobel, und hat das Malaket gewöhnt, also er geht gehen, und er geht malaket sein, andere schummen mit dem. Er geht malaket sein, andere schummen, mit dem Telefon schum. Es ist da aloche von aller drei Sachen, auf die Oifah anemies, es ist nischt be'chalal auf Michael, und wenn es nischt be'chalal auf Michael, es ist doch kein Schickho. Es ist wie zu kookt euch Sizz, aber es ist ein Teil, schon als ach, me'forschen, also wie bald, also am Mensch, wo es ist kohitzel, nischt le'meich allo da, man ist so gewöhnt mit dem Teure, so was also der Femmechal, das ist doch kein Dine Schickho. Die Mischung sagt weiter, und die Gudas, es ist schon bei Pzolim, es ist echt ein Lehm Schickho. Also ist es, es ist schon bei Pzolim, wenn am Mensch, gerade kleine Bintelach von Schum und Pzolim, das ist gerade die Joghäuven, mit dem Tachlessam, das ist es, und da ist ein anderer Ptou. Die Ptou, da ist Gebäude, also da ist Klaus, mit Gelernt Frieden, und man sagte, als Schickho nur da, wenn man halber der letzte Schlaf von Zahn nehmen, das heißt, von der kleinen Bintelach bringt man es auf Größe, aber man muss sagen, man steht auf der Schlaf, was er haltet, dass sie mitmachen, zu Kleinen, und von der Kleinen geht man nachher, übergehen zur Größe, und dann muss sie da lochen, als sind es doch kein Schickho. Mit unserem Geteiligten, die Mischung, wie Röbenforschen, was in einem Dorf, und Blatt, sie sagen, dass eine Kude ist, der erste Drei, was sie nicht machen, und der Gude ist, was sie schon bei Zohlen ist, weil sie das selbe Musik, weil sie nicht die größte Bintelach, sondern die kleine, und aber so, man hält sich jetzt bei der letzte Schlaf. Der Rambam, im Piratischen Mischnais, und in Halochis, hat auch gelernt, Anish, die Mischung. Er hat auch gelernt, sehr interessante Sache, und keinem, was ich gelernt habe. Aber alle Eifahren, von dem Mischung, die Sibir ist, weil sie da zwei Eifahren, von Schickho, Tolush mit Muchubo. Bei Tolush, das heißt, als es nicht Muchubo, es ist nicht Komo, es ist nur ein bisschen Bintelach, was man hat vergessen. Der Teure hat gegeben, ein Dugum, ich rachte auch immer was, Sollush, die Gäte, was sie nicht gewöhnt, an Bintel, in der Schickho. Das heißt, ihr seht diese Sache, in der Schickho. Das heißt, wenn wir sehen, die Bilder, die wir sehen, von Kinder, die Kinder, sie da leckert, leckert ist, Einzige, was er ausgefangen, von seiner Hand. Aber sie da schickho, schickho das zu seiner Bilder, oder das ist Muchubo, oder das ist ein Bintel, also nicht gemittelt, in der Schickho. Denn die Gäte, die Mischung, Schachas, Olufa, Yigudas, Agedudas, Amedzarlum, alle von dieser, sogte, nicht der Derech, aber macht von dem Omerim. No, heute einzig, zu Vos, und erst mal, sollebendem, ist nicht doch ein Schickho. Sogte, die Mischung, bei allenlightly, in der Schickho, alle Sachen, was der Wegwege, wie sie wachsen, ist, es ist Toman und Reut, gerät in der Luf, einer von der Zwerse, und der Schickho, und der Buntel, Das ist nicht so, was alles von dem selben Metzies ist, als sie wachsen von unten der Rehaut. Die Bejuder-Oime ist ein Lamm-Sikro, weil er lernt er uns in der Postik als Tommon-Nissmaid. Er ist ein Lamm-Sikro, weil sie im Gehalten, als man lernt, dass der Postik zum Mamm-Aid sein Tommon. Wenn du letztes Mal, der Beuyser-Oime gehört, um die Musik von Tommon, zum Mismar bei Tommon-Niss, dann sagst du, wo es kam in der Koinis. Das ist ein Lamm-Sikro, der Beuyser-Oime ist, dass der Beuyser-Oime ist, das ist ein Lamm-Sikro, der Beuyser-Oime ist, dass der Beuyser-Oime ist. Und es ist ein Lamm-Sikro, der Beuyser-Oime ist, dass er die Beuyser-Oime ist. Sau das Meister, der sie auf thena, sie hat noch jede Geben sie kann nicht einfach werden, aber sie hat jetzt nicht zu einer Geben, die sie lernen, die sie lernen, die sie lernen, die sie nicht geboren, sie haben, sie sind uns geboren. Sie sagen, wie wir haben, das sagen wir uns geboren, und wir reden das mit, wir reden das mit, dann kommen wir und dann kommen wir, also kommen wir mit, und dann kommen wir dr. Ich sage, Das ist die Stilie. Das ist interessant, aber das ist so ein Wort Komo. Aber da steht Komo, da unten steht, das ist so ein Komo, das ist so ein Komo. Das ist so ein Komo, das ist so ein Komo. Das ist so ein Komo, das ist so ein Kompon. Das ist so ein Komo, das ist so ein Komo. 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 Begoli, und zwar bei Zohi Pratle-Tomon, K-Zircha, wenn Sie Gidehashen, K-Zircha, ist Begoli Pratle-Tomon, zweimal steht Pratle-Tomon. Aber mir hat er amirat, mir hat er amirat, er hat er amirat, er hat er amirat, er hat er amirat. Sehr interessant. Wenn du, du bist Gidehashen, du musst dich Gidehashen, du musst dich Gidehashen. Wir halten das, dass du nicht nur ein Limit, der K-Zircha. Das ist die siebe. Das ist interessant. Was kann uns sagen, wenn du nicht, du bist Gidehashen, weil es ist das selbe Signet von Drosches. Er hat die Apostel gesagt, ja, da, 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 nicht da, sag dir die Mischne. Die K-Zircha, in der Leilung, der Mensch hat bei Nacht geschlitten seine Zwo, bei der Amr, er denkt, dass er gewinnt bei Nacht, dass er dunkel, wenn wir keine Zähne, was zu machen. Er hat die Schikra. Es ist dort eine Schikra, was er hat vergessen. Das heißt, die Mischne sagt uns, es ist nicht immer zu Tomu, was er hat gesagt, dass er Poto und die Friedige Mischne. Dort die Zwo allein ist Begoli. Nur was, Der Mensch hat ein Problem, es ist nicht mehr Interessiert. Das ist das, er hat die Ko protestego. Das ist noch eine Schikra. Nur ist, er hat die Schikra. Es ist nicht mehr darin. Wir sind ein Schikra. Warum Gott siehne zuerst nicht erwähnen? Was er or Omaha ist nicht nach Schikra? Das gibt einen Schikra, so geht es nicht mehr. was er ganz basta mir. dass es nicht mehr durch die Schikra, dass man sich verwert. Wenn wir nicht mehrあります, das ist derробige Mischne, die Paul an den Middunen «Also es ist vor years, aber wir sagen uns nicht, wir haben uns Geld nicht mehr verletzt.» Was war es, was tut der Wind? Wir gucken dir doch auf die Wind, was ist aber es ist für die Wind. Der Wind ist etwas für die Wind. Aber in dem schiffen wir uns nicht, dass sie hier nicht mehr verletzt. Und wir haben auch hier ein Café von Litoil, dass das Gas ist, das Geld nicht kann. Die Menschen, denen sie in Hisrουbe haben, rauszuhren die Größe, die Größe nicht konkret zu machen, das wird der Größer nicht verletzt. Die Größe will an ihnen. ob es sie kommen und wollen die größere Shibolim ob es sie tollen und wollen die größere die Kleine nicht nehmen und es ist doch in denen ein Schickro jetzt was sie du siehst, es ist doch in denen ein Schickro ist Pasha's lernt man sei die größere was er lost über und sei die Kleine nicht kein Schickro und auf was die Kleine was er widziert, ist ein bisschen Schickro ist Postschritt, weil es keine Schickro war das Gewalt überlassen dann geht es mir ein bisschen anders das Schickro ist ein bisschen Schickro weil das Gewalt überlassen auf was die größere nicht Schickro, hat er sich die Gewalt nehmen wenn man es sieht, was schon vergessen hat, dann näher kommen kurz und die kommen zu ihm. Jetzt kommen wir wieder, und wenn man jetzt, wenn man mit etwas darüber dirigiert, dann kann man es Voir haben und her, dann bekommt man eine Einfluss, indem man es nicht mehr weniger mehr 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 zitiere, wenn man einen Einfluss hat, wenn man einen Einfluss hat, dann nimmt man ein bisschen mehr 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 zitiere. Das sagt dann, wenn man am Anfang an die Erklärung ist, dass man zuerst einen Fehl, was vor allem anstieg, Das ist ja mal. Dasulenken, das sind auch hier. Was ist das? Alles, was Angst wurde besorgt? Keine Masne, also die Menschen. Die Menschen waren in der Kirsch, die auch in der Kirche zu bewegen. Die Menschen waren in der Kirche, Die Menschen werden ihnen entfhrärt. Wenn es auf die Kirche ist, dann hat die Kirche zu bewegen. Sog die Gemühe weiter. Im Moment, das ist der Stichleweg in die Größe mit den Kleinen. Also ob er gewollt nehmen, nur die Größe, und der Typ wird ein bisschen größer, ein bisschen kleiner, ist besser von der Zeit, wo es alles ist, wo es alles ist, wo es 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 ist. Es ist kein Schick. Omer Rebjöne, nicht so, wenn du über das Gassim. Sollst du wissen also, nicht nur die Größe, wo es ist, 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 wo es ist. Warum? Das heißt, die Gemühe hat das ein bisschen mehr der Kivon vom Wurst und vom Gittich in den Mischern. In den Mischern muss man gesagt, sagst du, die Gteinung haben sich nicht ein Schick, aber es ist nicht gewollt nehmen, es ist vergesst, es ist nicht gewollt nehmen jetzt. Die Gteinung hat das nicht gewollt nehmen, das ist ein Schick. Man sagt, ja, aber es ist nicht klemmen, die Gteinung haben, die Gteinung haben sich nicht ein bisschen Schick, wenn es nicht mehr nehmen ist, es ist nicht mehr zu nehmen. Sagst du, aber die Gemüse da ist die Gemüse so ganz anders, die Menschen. Also geht es verkehrt. Die Große ist hier, wo es nicht kein Schickha. Für das, weil das Gewalt nehmen, und wenn du das Schickha nimmst, ist es, dass du es nicht gewinnst, wenn du es nicht kleines, und du wirst das Schickha machen, wenn du es nicht mehr überraschst. Also will du anderen lernen, die Tatschen in die Eucharme. Die Große, wenn du jetzt gleich bist, wo es nicht groß ist, Er hat gesagt, dass du nicht groß bist. Große, nicht klein, nicht nicht. Wo es nicht groß ist. Wenn du den Gruss hast, dann muss ich aufrufen, man muss gut, man muss gut gut sein. Du solltest in der Gruss ausprobieren undします auch gut. Wo istksen wir den kleinen? Eben andere Art? Eine Art in die Gruppe gibt es, man muss aufrufen, was man ist, es gibt eine Art durch die Dachau, die man auch aufrufen hat man, wenn man einen Weg kommt, die kommen in der Dachau, und dann muss man dann auch, wenn man dann aufrufen, man muss sich die Dachau beitragen. Dann sagen wir von der Glocke, wenn man nicht gut geht, dann muss man alles gut sein. Wenn man an einer Glocke geht, dann kommt es in die Glocke rein. Wenn ihrулиkt, das ist ein Lieblingschiff, wenn es nicht darum geht es, oder zu einem MOL-BCHT, wenn es nicht darum geht, es geht um okay zu gewöhnen, wenn es nicht so einfach ist und du bist nicht, diese Hälfte ist ein Mann, das geht um dann auch auf eine Kirche und ich kriege das eine Marke aus dem Blatt. Das schreibt uns, also auf der Moment ist immer nur in der Zeit, Und hier ist ein Doppel, aber das ist ein Doppel, das ist ein Doppel. Schammei.